Wir stehen heute hier mit dem Gründer der Initiative Art of Reconciliation, Desmond Doyle. Lieber Desmond, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es zur Gründung der Initiative und zur Idee der Initiative Art of Reconciliation gekommen ist? Vor ungefähr sechs Monaten war eine Sitzung in Vordenberg auf der Gemeinde. Es war eine Zukunftsperspektive von unserer Region und dann der Hannes Misiton und die sind zusammengesessen und wir haben gedacht, in einer Welt, wo Konflikte, Kriege und nur schlechte Nachkriegen jeden Tag konfrontiert wird, dass die Leute einfach keine Perspektiven mehr haben und die Medien sind voll mit negativen Geschichten. Wir haben gedacht, es wird etwas Positives in die Welt zu setzen. Daher Art of Reconciliation, Kunstversöhnung, weil in einer Gesellschaft, wo nur Probleme hervorgerufen wird als die Norm, dann brauchen wir andere Perspektiven und die Menschen einfach ein besseres Leben zu ermöglichen. Dann haben wir gedacht, mit Künstlern, die durch Schwierigkeiten durchgegangen sind, war es wirklich interessant, die hier nach Vordenberg zu holen und die ihre Geschichte erzählen lassen durch ihre Bilder. Dann haben wir die Bugsite Artists auf Derry in Nordirland gewonnen, die ein Riesengemälde in Vordenberg machen, das ist eine weltbekannte Künstlergruppe. Und dann im Laufe der Wochen haben wir Kontakt bekommen zu Friedensnobelpreisträger John Newham, das ist der Erzog und Herzogin von Montrose, das englische Königshaus. Und dann haben wir gesehen, dass diese Geschichte total eine internationale Fähigkeit hat. Und jetzt ist das Projekt in Vordenberg gestartet. Der Mürrl ist im Aufbau und in zwei Wochen kommen vom Königshaus in England Leute hier, ganz berühmte Leute, und machen uns die Enthüllung dieser Versöhnungsgemälde in Vordenberg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017